Ah, die sind nur zwei Block hoch! Hau, hau, hau! Ja, das hab ich gerade auch gemerkt. Wir machen nur noch echte Schaden. Du bist so viel tot. You don't say. Schreckige Ketten. Das meinte ich gleich. Danke. Endo. So, Schnidas, du kommst jetzt einfach rechts rum. Wir haben deine Sachen. Ja, ich muss erstmal wieder mit so Schaden auf so einen Scheißviech... Ey, du hast eine Sternschnuppe. Apropos Sternschnuppe, ist es oben Nacht, Niklas? Ja. Ja, du warst doch gerade oben. Ich hab mir drauf geachtet. Locker kann er die Spinnenkundin sein, Alter. Ja, ist es bestimmt, Alter. Ja, locker sollten wir die unbedingt helfen. Siehste? Ja, aber da machen wir jetzt gar nichts, Alter. Du willst dich doch jetzt nicht wirklich angreifen. Ich kann doch noch ein bisschen reinschießen. Seines will. Ja, reinschießen kann ich auch, aber... Will ich. Was willst du? Wir haben noch ein bisschen Knockback vorne. Ja, okay. Mach mal ein Schleimschloch auf. Ja, okay. Etwas großes Loch. Darf ich mal was ausprobieren? Klar. Du nicht. Okay, zu viert schaffen wir das vielleicht wirklich. Erste Bombe. Ja, vorsichtig vorgehen, Mann. Oh, falsche Richtung. Ja, Bomben und Granaten können wir da gut reinwerfen. Das ist wohl wahr. Ja. Oh Mann, die fällt zu weit rum. Da fallen die immer alle runter. Ja, aber wer weiß, was da unten ist. Ja, aber wer weiß, was da unten ist. Ja, das ist doch unten. Ja, der kommt später mal aus von uns. Ja, der kommt schon in der Bett. Ey, da hüpfen Zombies links hoch. Ah. Cool, dann... Mein Mann hat's ehrlich gesagt wirklich nur ein bisschen... Er muss aber, Echo das zettet vorher am Ende so sein unten, oder? Noch spinnen, okay? Wollen wir mal hoffen. Wow, wow. Fass man nicht. Ja, die können ja nicht durch. Hä? Ach, das ist nur eins, stimmt, tatsächlich. Aber wer weiß, wie weit die schlagen können letztendlich. Der hat irgendjemand einen Schaden gekriegt hier vorne? Ne, ich nur grad von der Fledermann. Einen, den kann man nicht durchschlagen. Einen kann man nur durchschießen, glaube ich. Oh. Ich hab' eh nichts dran. Cranja! Ey, und wir da rein noch? Ja, aber... Cranja. Nein, da war noch Rubin an der Wand. Oh crap, wenn ich hier purlock, wird das da oben ja auch frei. Okay. Ja, das ist richtig. Das ist halt erst dicht. Ne, werden an... Boah, ich brauch dringend mehr, Mann. Ich will nicht, ob du dort alles aufmachen solltest. Junge, schier! Was hast du da? Weißt du, so ist das überhaupt kein Problem? Achtung, von hinten. Ja, ich hatte nur noch Angst, dass die durchkommen. Ja, die Midis von meinem hinten stehen und die Zorn gefüllen. Nein, hab ich... hab ich zugebaut. Okay. Schau mir her. Einer ist drin. War drin. Hä? Ich schwör' dir, ich hab' das zugebaut. Also hab' ich ja auch. Ja, ich hab' die... 80 Schaden durchgefickt. Aber anscheinend... Aber anscheinend... Aber anscheinend... Das ist da bei mir noch völlig in Ordnung aus. Scheint doch noch arg zu lenken teilweise. ...und dann lockert... Ich hab' alles aufgehoben und er hat jetzt alles fallen von uns beiden zusammen. Was? Was war das? Nandet meiner! Ich hab' den nicht gesehen. Da liegen jetzt alle Sachen aufeinander. Boah, so'n Hals. Luca hebt... Mal auf. Wie soll ich mit drei Inventare gleichzeitig aufheben? Mit einem Inventar, das so gut wie voll ist. Du schaffst das, Luca. Also ich kann versuchen, ein paar Sachen aufzuheben. Und kann dann versuchen, sogar nach oben zu kommen. Mit dem Spiegel, wenn ich den aufhebe. Ja, du kannst hoffen, dass du einfach... Oh shit! ... die du da hinstellen kannst. Ha! Mauerblock! Du musst damit versuchen, die zu töten. Diesmal Krip ist das... Äh. Geht mir der Pickaxe. Also den Blob nicht, aber die... Hilfe! Das geht, Jungs, das geht. Ich hab zwei Bats getötet. Umge. Okay, die Frage ist jetzt... Warte, pass auf. Ich versuch wieder, euren Shit zu saven. Nein, wir sind noch mit. Also saven oder mitzunehmen? Nee, zu saven. Oh fuck. Ich hab keinen Bock, den dann zu greifen, Alter. Mach auch noch einen Schaden auf den. Nee, ich kann den nicht saven, weil ich dann Teile davon einsammle. Ich hab schon... Ich hab keine Lust mehr. Du bist doch... Oh fuck. Oh fuck. Das ist durchaus ne Neuengang auf Medium. Irgendwie, muss ich sagen. Ja, aber das macht auch irgendwie, finde ich, den Reiz aus. Sorry, wenn man... Alles einfach immer befreundet. Ja, aber es ist... Wir sollten doch vielleicht nicht so ne Scheiße machen. Ich fand's eigentlich ganz... ganz gut. Es war... es war halt nur ein bisschen zu früh reingestürzt. Ja, weil alle meine gestorben sind auf einmal. Ich sag, Tom ist schuld. Ja, ich bin schuld. Tom ist locker schuld. Ja, das Ding ist, ich kann hier jetzt gerade auch echt nicht so viel machen. Ich mach hier mal ein bisschen Inneneinrichtung. Boah, mamam, boah. Hier, wo bist du hin? Hier, wo bist du hin? Brafst du mal was? Was? Meint ihr, ihr schafft das bis hier unten hin? Oder werdet ihr immer wieder steuern? Ich bin... Ach, du bist... ...einmal weiter unten? Ja, du bist gestorben. Ja. Weil sonst... sonst ganz ehrlich, sonst würde ich jetzt noch nicht versuchen... Ich hab hier jetzt auch noch von Herzen nicht mehr gesehen. Ein paar Sachen... Ja, ich versuch mal alles Wertvolle zu holen. Ich komm nicht hoch, Luca. Das heißt, wir können einfach... Sonst würde ich jetzt versuchen, ein paar Sachen aufzuheben. Ja, und die machen verdammt viel Schaden, wenn du nix hast. 25. Und wenn ich dann ein paar Sachen hab, hoffe ich, dass ich den Spiegel dabei hab und versuch mit den Waffen letztendlich hochzukommen. Bist ihr voll intelligent und so runter? Ich hab dein Zeug aufgehoben und hab Iron Zeug geführt. Können wir zusammen runterkommen? Ich hab von irgendwem schon aufgehoben. Ich hatte meine Quillen auch dabei. Ich hab glaub ich gerade deinen oder Toms Quillen auch, der zu Iron gewollt ist. Boah, das ist doch ein Neueng. Ich bin so gut wie wieder da. Ich auch. Bin ich schon wieder da. Aber ich komm noch nicht mehr durch. Dann brüttel dich da durch. Ja, aber ich sterbe, da sind nämlich Fliecher drin. Ja, Moment. Das schaffen wir. Nein, pass auf. Nein, stopp, stopp, hör auf. Macht nichts. Macht nichts. Ich lass sie hier unten rein und versuch die zu töten. Ey, das hat dich gerade umgebracht. Bei mir ist sie runtergesprungen. Warte noch kurz, die Bad, mit der müsst ihr alleine klarkommen. Aber den Zombie kann ich versuchen... Ja, die Bad ist tot. Ich versuch euch den Zombie abzunehmen. Ach, Bad Pun. We know bad and bad. So, sorry. Was machst, machst du da? Ja. Ich hab das Sektion gesagt. Jetzt hast du mich umgebracht. Nein, noch nicht. Ja, ich hab dich umgebracht. Ja, ich bin sehr gefollowed und so. Geht doch nicht zu, dass du doof bist und so Sachen tust, die ich dir gedacht hab. So Leute, pass da auf. Ich hab Shit von euch schon eingesammelt teilweise. Ich würd mich da jetzt gerade noch nicht reingraben. Erst mal gucken, was ich schon für geilen Shit hab. Mein Inventar ist nämlich voll. Hier hab ich zum Beispiel eine Wooden Dressplate. Dressplate. Noch eine. Crab. Oh, das ist ja vier, das hat ziemlich viele. Ja, dann geb ich das Ganze schon mal ein bisschen weiter. Äh, Niklas? Ich kann mir den Shit locker holen. Du stehst vor mir, ne? Nee, das ist nicht. Die müssen an Niklas. Doch, das bin ich. Ja, die ich geb ich zu Niklas. Nein, Wurstkopf steht vor mir. Ja, die geb ich zu Knias. Ich hab auch Knias Rancor, dem geb ich alles. So. Wir haben alles, oder? Ja. Dann jetzt hier. Lass mal zumachen und verteilen. Genau, lass mal hier im Raum treffen. So. Und zwar. Erst, erstmal komm mal Niklas her. Äh. Dein Bogen? Teile. Hinter dir liegen deine Hermes-Sachen. Ja. Ja. Hermes-Sachen. Ähm. Eine Eisenachs. Ähm. Eine Eisenachs. Äh. Spitzacke. Soll ich euch jetzt auch allen Erze abgeben oder so, oder behalte ich die jetzt einfach im Inventar? Ganz bald. Ist doch scheißegal. Dynamit will ich nicht haben. Wer hatte das Broad Sword? Ich brauch das Broad Sword, das dicke, fette mit mehr Size. Ne, ne. Das ist, äh, momentan einfach ein Iron Broad Sword. Nein. Hatte niemand. Hatte niemand. Ich glaub, die Verzauberungen sterben teilweise. Och, nö. Die sind weg. Mh. 13 Granaten hab ich hier noch. Das möchte ich auch nicht. Das geb ich aber einen von den Melee's. Ich hab auch ne Iron Axe noch. Ja, ich brauch aber einen Broad Sword zumindest. Ich brauch auf jeden Fall auch ne Eisenspitzacke. Ich brauch die und die Broad Sword. Ich brauch die und die Broad Sword. Also ich hab eine nur. Wer hat denn die Broad Sword? Ja. Ich hab da gleich eine Stimme zugespissen. Vielleicht sind auch noch welche da ganz runter gefallen. Habt ihr da geguckt? Ja, da unten. Es werden auch Sachen zerstört manchmal, ne? Ja, ich brauch aber einen Broad Sword irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, und ich brauch ne Eisenspitzacke. Eigentlich sollte, glaub ich, nicht zerstört werden. Aber es gibt halt wohl noch viele Bugs in dem Spiel. Was heißt noch? Es gibt halt viele Bugs in dem Spiel. Und die jetzt stehen auch immer wieder neu. So ne Scheiße. Ähm. Ja, ich würd sagen, sonst haben wir jetzt eher... Also hier, ich hab noch... Also niemand mehr irgendwo einen inventaren Broad Sword. Ich hab noch... Nein. Ich hab noch Wood Graves aber. Jetzt hast du den Spiegel. Was? Was für den Spiegel? Ey, ich hab auch keine Schuhe mehr. Oh crap. Das hab ich dir grade gegeben. Was denn? Hup. Ich hab eben den Spiegel benutzt. Ja, ich hab den. Keine Ahnung. Da war ewig viel Cobweb, in dem ich runter gefallen bin. Ähm. Du hast jetzt die Schuhe angelegt, ne? Ja, hab ich. Ich? Achso. Ähm. Soll ich oben jetzt einfach ewig warten? Umbrella musst du hier erstmal? Okay. Ob du oben auf uns warten sollst? Ja. Ist die Frage. Wollen wir erst hochgehen oder hier unten das jetzt clearen? Ja, ich hab wenig Bock hier unten da zu clearen, um hier zu sein. Gut, dann gib mal wenig Bock noch zu zocken. Hören wir auf. Was soll man machen? Ja, und Tom schlagen und sagen, ist das nicht so, du musst dich sein so? Aber wo sind die Broadsorts hin? Ich find's auch schade, aber... Ja, wieso? Ich kann doch wohl so noch zocken. Das ist hier auch doof, wenn du dann weg bist. Ich find's cool, wenn wir die Welt immer nur spielen würden, wenn wir alle zusammen zocken. Guck mal, ich hab jetzt dieses Schatz zu mir, ich brauch'n Broadsorts. Ich bin mit Felix. Ja. Ich hab's die ersten 10 Male gehört. Nein, wir waren Broadsort. Ja. Hey, wollen wir denn sozusagen hier den Dienstag festmachen, oder? Was ist denn Dienstag? Warum sollen wir dann festmachen? Oh, Nobel! Was hast du gerade zu ihm gesagt? Bull! Alter, dieses rote Zeug ist Eis, das nervt mich so, ne? Ja, das ist das rote Eis. Du rote Eisblöcke, die hab' ich glaub' ich mitgebracht. Hör mal auf mit mir zu springen, Alter! Ey, wir sollten den Zweiergang einfach weiterbauen. Können wir gleich so machen. Ah, hier ist noch Kupfer. Ja, wollen wir dann jetzt aufhören, oder was ist los? Komm, jetzt kommen wir oben. Bist du aus. Oh, da kommen Zombies. Stellent. Ja, wir haben wieder Ausrüstung, wollt' ich nur gesagt haben. Du hast zwar kein Broadsort mehr, aber sonst haben wir alles. Was, Felix hat kein Broadsort mehr seit dann? Was? Du kannst die Witze nicht mitmachen, das macht keinen Sinn. Er gibt's. Nö. Ich hasse dich. Heiß. Ich fick das noch viel von, dass du ihn hast. Ja, dann töte ich dich mal alleine. Ja, ich port mich gerade seit 10 Minuten in die Base zurück, oder so. Hast du gerade so getan, als sei das ein Problem für uns einen Zombie alleine zu töten? Ja. Warum? Dramatischer Effekt. Ich hab'n fucking... Boah, darf ich mir nen Hook machen? Warum? Weil ich da Bock drauf habe. Geil. Aus welchem Edelstein? Amethyst. Jo. Nein, Alter. Wir wollen alle nen Hook haben. Ja. Einer muss ja anfangen, oder sehe ich das falsch? Ja, aber dann soll's hier jetzt nicht auch noch den Spiegel haben. Das ist wahr. Fickt ihr euch das an? Ich nehm wohl die Hook. Die Hook. Ey, ich weiß ihn nicht. Ich weiß ihn nicht. Ich weiß ihn nicht. Ich weiß ihn nicht. Fick dich im Hell, Felix. Ich verspreche es dir, ich hab' kein Broadsword. Ach, ich hab' aber noch einen Schnürsenkelkappe. 5% erhöhtes Bewegungstempo. Oh, ich hab' meinen Warnverastung. Wenn da ein Defens drauf ist, hatt' ich das vorher. Hast du wirklich eins, Tom? Nein. Außer deins? Ah! Hör' auf uns weh zu tun, doofes Vieh. Ist das das Ding, was da noch eins Defens drauf hat? Super. Wie bitte? Diese Schnürsenkelkappe, oder was das war, hat das Ding auch einen Defens drauf? Eigentlich nicht. Ich hab' nicht nachgeguckt. Moment. Wenn ja, dann hab' ich das vorher. Nein. Das einen Defensding hab' ich, glaub' ich, gekriegt von Tom.